Moin, willkommen am Bahnhof in Petersroda. Die Bezeichnung Bahnhof ist hier eigentlich zu hoch gegriffen, denn es handelt sich um einen Haltepunkt für die S-Bahn der Linie S2. Sie verkehren zwischen Leipzig und Bitterfeld. Teilweise fahren die Züge auch bis Dessau oder Lutherstadt-Wittenberg. Außerdem kann man hier die Regionalexpress-Züge zwischen Leipzig und Magdeburg sehen, sowie ICE- und Güterzüge. Die Ausstattung des Haltepunkts ist einfach. Es gibt zwei Außenbahnsteige mit jeweils einem einfachen Wartehäuschen. An Gleis 1 fahren die Züge nach Leipzig, an Gleis 2 nach Bitterfeld und eventuell weiter nach Dessau oder Wittenberg. Hier kommt ein Regionalexpress RE 13 nach Magdeburg. Zum Gleis 1 kommt man über eine kombinierte Anlage aus Rampe und Treppe. Diese Straßenbrücke führt über die Gleise. Auf der anderen Seite sieht man den Zugang zum Gleis 2. Die Ansagen für durchfahrende Züge kommen hier teilweise mehreren, Minuten vor dem Zug selbst. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ankunft und Abfahrt einer S2 nach Leipzig. Untertitelung des ZDF, 2020 Oben von der Rampe kann man auch die Kirche sehen. Der Turm sieht so aus, als wenn er früher einmal höher war. Als nächstes seht ihr zwei Güterzüge. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier seht ihr noch einmal den Blick nach Süden, in Richtung Leipzig. Ich fahre gleich mit der nächsten S-Bahn weiter nach Bitterfeld. Und damit sage ich für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020